Ja, tschüss Kollegen, so ne. Und nicht vergessen, der Fusch von heute ist die Arbeit von morgen. Ey, ihr Ottos, ihr wisst ja, ne, ich bin am 12.11. in Hagen, Stadthalle und so, mit meinem Programm. Wenn ich du wäre, wäre ich doch lieber ich. So, pass auf, da gibt es eine Diskothek. Kapitol heißt die so, ne. Ich bin im Leben da noch nie reingekommen, wir waren ja sehr oft schon in Hagen so, ne. Immer heißt das so, ja, mit den Schuhen leider nein, leider gar nicht, mit dem Gesicht leider nein, leider gar nicht. Und überhaupt leider nein, leider gar nicht. So, diesmal habe ich mir aber gedacht, Hey, warte mal, vorher sind wir ja in der Halle, so mit ein paar hundert Leuten und so, ne. Wieso gehen wir nicht nach der Vorstellung einfach gemeinsam rüber und wollen alle gleichzeitig reingehen, so. Dann falle ich nicht mehr so auf, so, weißt du, was ich meine. Also, das ist das Erste. Wenn ich dann reinkomme, das mache ich natürlich alles live bei Insta übrigens, so, ne, damit ihr das wisst. Wenn ich dann reingekommen bin, dann mache ich vor die Challenge. Dann versuche ich, den DJ zu überreden, dass er spielt, 40 Jahre die Flippers. Und die Mädchen sagen, boah, der Dennis ist voll cool und so, ne. Versuche ich dann auch bei Insta. Ich weiß bloß nicht, ob man da was sieht, weil es dunkel ist. Also, seid live dabei. Ich meine, das ist wirklich ernst. 12.11. Dennis versucht, nach seiner Vorstellung in der Stadthalle am 12.11., wie gesagt, ins Kapitol, in die Diskothek, am gleichen Gelände zu kommen. Alles live bei Insta. Seid dabei, ihr Ottos. So, ich fahre jetzt nach Hause, ey. Boah, ich hab zwar nichts getan, aber das ewige Verstecken, so vorm Polieren, ne, das macht auch müde. Tschüss.